Freunde der Sonne, JRG77 ist mein Kanal und heute geht es bei bestem Wetter in die Vorderröhne eine kleine Mountainbike-Runde. Ich habe mich hier inspirieren lassen von einem Komoot-Nutzer hier aus der Gegend. Der hatte die Tour Schäumling-Tour genannt. Also wenn du das jetzt siehst, dann schreibt doch mal, was Schäumling-Tour bedeutet. Ich fahre die jetzt von hier aus einfach mal nach und bin gespannt, wie die aussieht. Wenn ihr Lust habt, kommt einfach virtuell mit. Viel Freude bei der Tour. Los geht's! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 die kannte ich noch nicht. Tolle Aussichten, teilweise auch etwas steil und anstrengend, gerade Absroda hoch zum Beispiel und andere Wege. Aber das war richtig cool und die Abfahrten dahinter sowieso. Also die Tour würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das war es für heute. Wir sehen uns auf dem Trail.